Da, wo's Weltherrscher gewohnt, Klaus Martin, Schwab and Dominion, You are my friend and happy. Oh, Neumond is coming. Please be quiet. Was stinkt denn so so? Weiß nicht, riecht übel. Was stinkt das so drin? Klaus Martin, es hat gehäßt, deine stinkige Friedrich Merz bringt Juliette mit Helm. Neumond, Friedrich ist Dinnenkopf, kommt auch so durchs Tier. Gut, du hast recht. Der steckt sein dünner Natternkopf einfach durchs Schlüsselloch und macht dann auf. Ja, und stinkt nicht so. Warum, wie kommst du da drauf? Geld stinkt nicht so. Dann ist es vielleicht der Schwäßkoppig-Tetris aus dem Kongo. Oh, der Besos, der Plätkopp. Teppe, ich flieh mo grad nur aufs Dach und guck nur, ob da im Rumpelstil zu dieser Haunebu steht. Wem Haunebu? Eis unerdesseltje vom Selenskische. Ah, ein Meter zwanzig, Hass. Ja, ich guck in der Zeit mal noch, wo dieser erbärmliche Gestank durchkommt. Das gäb's ja mal nicht. Hopp ja wieder ohne Schlappe in seinem Computerzimmer und schwätzt mit deiner Quatsch-Cap. No. Klaus Martin, es hat gehäßt, wenn du die Schuhe ausziehst, machst du da Aktivkohlefilter auf. Ja. Das ist ja nett zum Aus, alle. Was, was ist denn das für Dreckvieh, Klaus Martin? Bleib stehig, hol die Schürzangen. No, it's Monkeypox. Was? Aha, und wie viel Money hat der gekostet? His name is Patient Zero. Was? Wie viel, wie viel Cola Zero hast du schon wieder gestopft, Klaus Martin? No, it was present. Was für ein Präsident, her auf so einen Quatsch zu erzähle. It was a gift. Ja, wohl, mit Strichnien lassen wir deine Deifel wieder direkt zur Hilfe, Klaus Martin. No, Deifel. Was soll das denn? Tote Kopfschwäbchen hast du dir doch geholt. Ich glaub, du hast ihn im Erl. I love him. It's my minion. Das ist vielleicht Minima, den. Ha, ha, ha. He is me. Wie willst du denn nennen? Clay Kleist, ich glaub, du hast ihn im Erl. Nennen doch Clay, Schwindsucht-Schwab. Yes. Guck, dass das Ding fortkommt. Der stinkt schlimmer als der Teppich. Das Ding ist ein Ding. Erlösch. Yes. Erlösch. Bis zum nächsten Mal.